so halli hallo willkommen zu beat me einem netten coach koop spiel hoffe ich zumindest sah ganz gut aus weil ich es über youtube gesehen habe auch nur kurz und ja ich würde sagen dass es überraschen genau und wächst mal über die nächste szene so wir gehen auf start lokal brauche ich ne willmo ist auch kacke wir machen direkt los das match eure freundschaft endet gerade sein ihr seid in einem team wenn ich bitte alles klar das match so jeder mal taste drücken also ich bin rot ändern das kannst du auch die cluster ändern wir haben alle unterschiedliche fähigkeiten also der zauberer hat irgendwas mit pirat leben und dort eine geysha eine geysha ich glaube ich nehme hier den ritter also ist quasi wie super mario brother hier smash brothers ich habe auch nur 30 sekunden eingeguckt in so ein youtube-video sah ganz witzig aus warum nicht teuer ich weiß nicht mehr wie viel schon länger her moment wir haben ist es doch nach eben kurz die vernehmen wir uns ja auch immer gleich läuft hier alles noch müssen genau kämpfen naja das ist okay was noch nicht auch auf a springste den grünen fachige jona gefahrt super aber erklären zu der pirat war ein drecksarsch bin ich nicht wo mache ich denn was ja das wollte ich ja gerade erklären als ich es herausgefunden habe hat mich irgendwie umgelegt ich war nicht sehr pirat ist okay also das ist mal gucken was wir machen können also auf a springt man auf x schlägst du auf b kannst du blocken also kreis auf y weiß nicht was du machst und dann kommen da so dinge runter ist ich runter bin wieder tot ah ok du kannst du sachen aufnehmen und dann kannst du ein special ja das rote habe ich auch noch nicht rausgeflogen ist im bild verstehe ich guck mal ich habe nichts gemacht damit ein sieger ja wie die piraten bitte ok nochmal zack 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 springen springen ach ich kann noch schießen wie macht man mich ja hältst du uns irgendwas vor nein ach guck mal deine kugel pranz aber mir ab ne noch nicht bin ich trotzdem tot drücke x und was spezialangriff aber y meine ich brauche erstmal heilung ey das ist ein spezialangriff cool ich hole mir jetzt in ein gesicht in ein gesicht ehrlich glaube ich wieder auf gesagt ja gar nichts du bist der pirat der mich aber der pirat nein ja du kannst du schießen ach der topf gedrückt was habe ich nicht mich jetzt habe ich dich haha aber die erledigt er bringt man kann doch schließen das vor langsamer kann ich gar nicht ich kenne ich kenne automatisch die rote klinge ein ich bin weg haha du wirst rausgesprochen ja weil ich habe diese rote kugel eingesammelt ist ja lange gelaufen idiot ich glaube die rote kugel die macht vertauscht die ach so macht die dinger die also links ist rechts und rechts links dabei ist die piraten platt machen ja kann man nichts machen ich kann nur schließen mehr kann ich schließen ja tut mir leid vorne anfangen nein ich bin wieder rausgesprungen ich hab da oben rechts hingeguckt ja ja stimmt beim pfeiler kann man irgendwie doppelsprung machen oder so ja was nicht du kannst du schießen ja ich kann mit diesem schutz hier machen dann kann ich hier blocken auf b naja das kann ich kann ich auch ich kann also vollkommener bullshit das game sollen wir noch mal anfangen nein wir können gerne noch mal anfangen dann sind eh nur drei rum bis zum ende oh michael das war alle drei ne 3 3 3 der golem ach du bist der golem wir müssen ziehen ja achso entschuldigung am meisten hast du bitte sind achso da unten ach guck mal schön wie er steht mit seiner peitsche die sau der pirat bot mit seinem gesicht aha jetzt müssen wir echt bis hier hinten durchziehen noch anders regeln können jetzt oh geil ging aber wegen sich sogar die rot ist sofort tot dann habe ich mir gedacht ich habe mich so aus da springen als die kurze aus schluss kommen kann ich sie nicht irgendwie schlagen ich auch nicht machen in die falsche richtung idiot auch scheiße bis nach oben glaube ich ja haha so schlecht das bisschen wie stickfighter mit den levels da ja das ist ja auch gar nicht ich weiß man ja nicht mal auch so schießt du penner ich kann nix anderes ja auch damit ich bin fast tot er wird so stark da treffe ich bin tot aber bin ich im weltall ich habe die falsche doch geduld ich bete wie macht man den doppelsprung doppelt spring ja macht er nicht dann brauchst du vielleicht nicht ich glaube ich an der gegend so hat er zu scheiße wäre erstmal sprüche ich glaube ich dich hier weg ist ausgesprungen ja bist du ja vielleicht brauchen wir brauchen ein paar minuten um sich einzugewöhnen ich kann im nahkampf nichts machen aber dass man keine spezialen gibt hat wundert mich mehr du faule sau zack weg mit dem golem weg mit dem golem ja gleich hat sie einen neuen krank daneben dann nimmst du weiblichen piraten und wir bringen die ganzen items oh ich kenne schon in die falsche richtung irgendwie habe ich wieder diese koche nix benutzt ich kann nix machen nämlich die roten ja nicht die roten jahre aus hat er seine spezialfähigkeit auch passen dann hab knall ab wenn ich dann y machst du da oben was du sagen wenn du dort eingesammelt hast ich hab keine speziale angoßen dann halte ich zumindest oh du bist doch so hinterhältig eh hinterhältig jetzt müssen wir es wieder ziehen nee golem ist der beste bei der wir den stich auf den richten das müssen wir auch noch rennen kack golem ich bin der erste ab nein du sau ja ich glaub ich werde das soll wenn ich hin und her rennen muss ich einfach starten weiter ja also smash brothers ist bis jetzt das geilste beat em up find ich ich gucke schon in die falsche richtung ey mit einem schlag hauptst du mir die ganze energie weg ja die hauen richtig rein ey äh der golem ist op hallo oh jetzt hat er mich hat er mich ja aber jetzt ist trotzdem scheiße ist deine pistole nicht nachkampf sogar wenn du in der nähe bist ist die pistole nicht nachkampf der sah gerade so aus nee ich hab sie mit zellangriff eingesammelt gehabt komm her gole scheiße ich dachte ich könnte dich noch erwischen oh nee er hat ja sein brennball da äh wo ich schön den z up dreht oh geht weiter oh viel schaden macht mir den angriff nicht glaub ich jetzt nicht ey das war was ja hab ich hier ein plastikschwert oh ja auch kreislegungen oben super oh ich hab die links auf ich hab die scheiße aufgesammelt nein ich hab diese kack verwechslungskacke aufgesammelt also rechts links links rechts oh 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 ey jungen was hast du für fähigkeiten das ist nicht mehr normal ey ich sammle einfach rein ich drehe mich um die eigene achse passiert nix und du kommst damit ach scheiße hab ich nicht aufgepasst oh ich rede die kreissäge oh gott ich liebe solche spiele oh verdammt na da steh ich dir recht oh wie war ich der brennt ey unglaublich da noch ne hunde ach ich darf wieder peitschen ich brauch andere andere fähigkeiten in den scheiße oh 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 mein gott du sau ruf mich an das war eigentlich auch beep wie heißt das spiel ja ok ach ich bin ja mit dem piraten in einer in einer hülle in einer halle ich krieg sogar schaden ich blocke ich kann nix machen das ist einfach so ein schmutzcharakter ja mach dich geholt dann komm her nein warum sprichst du nicht nur eine kuh wuhu na ich sag wohl auch die feige sau komm mal her ey komm wie schaden du ey das der beschissenste angriff überhaupt ey da macht so viel schaden gibt's doch nicht wo bin ich ey komm aber ich muss sagen Stickfeind ist geil du hast mich jetzt erschossen ich wollte gerade sagen komm wir beide gehen in den golem er schießt er mich einfach guck mal ich kann keinen nahkampfangriff guck mal ich drücke hier passiert nichts und ich brauche 10 sekunden bis der nochmal schießen kann ja das ist natürlich scheiße ja der golem ist auch mega stark aber wir kommen erstmal auf den golem drauf guck mal guck mal was ist los was mach ich ja du hast dich das rote eingesammelt also die schastenbunden dann verstellen äh 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 guck mal wie lange sie denn noch schließt nur ich seh jetzt und guck mal ich kann nichts machen hier ich kann nichts drücken egal wer's drücken ich kann nicht angreifen ach wirklich scheiße aber dieser golem ist viel zu stark ey spezial wir fahren weg jawoll oh der fliegt den müsste ich immer haben dann wird er gut ja er ist doch nicht normal wenn du auch für den Schlag machst krass ne vor allem hält's doch ohne Ende aus nein und ich werde rote oh nein nicht in die Wand ich werde rote eingesammelt scheiße oh und ich werde ich in die Wand geprisst komm 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 schnell 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 wo ist der golem Vieh oh er ist schon wieder über oh nein die Wand wow wow Fabi ist hier on fire oh er hat ja den Spezialangriff du Sau das sind Verbündete es heißt Deathmatch ja aber wir können auch Teams bilden nicht Team Deathmatch gegen jemanden der offensichtlich übermächtig ist ich hätte rote einen sammeln du musst anders um den linken anders um den linken jetzt muss das quasi nicht rechts du musst nach links drücken nach links was ist denn hier ein blauer was ist das kannst du glaube ich höher fliegen oder sowas ist das Spezialangriff oh er hat wieder seinem komischen Feuer ran da ey oh ja hoppala im Schild hat Schroting in die Fresse hast du? weut ich nicht wir haben uns gegenseitig jawoll jawoll der Pirat der Pirat hat gewonnen scheiß Spiel ja Mann ich hau ab mit dem Tee hab ich jetzt keinen Bock ey guck mal offensichtlich treff ich dich eher und trotzdem machst du nur zwei Schläge und ich bin weg ja es sind keine ausbalancierten Klassen hier ey der Pirat macht überhaupt keinen Schaden der Gole macht umso mehr Schaden ja das ist krass guck mal ich komm nicht hoch jetzt schieß sehr gut jetzt schieß ja Blackbeard ja weil du es nicht kannst ne schickst du andere vor ja hallo das machen die Amerikaner auch genau so komm erstmal den Kochen Gole ey zwei Schläge und ich bin tot zwei Schläge aus Stein bam bam ich bin so noch zweiter geworden also die Klasse ist erstmal verboten jetzt Gole ich dachte das wäre ein Roboter na na ich bin offensichtlich ein Gole guck mal wie sie dich feiern ey herzlichen Glückwunsch nein weiter aber neue neue Klassen warte fortfahren mal fortfahren kommt immer zurück abhauen tschüss ja der hat zurückgekickt müssen wir noch kämpfen hier und selbst da gewinnt der äh okay ändern in dem Fall ändern was verlassen ändern wo ist ein ändern x wo ist ein x ja ne Fernkämpfer haben wir gemerkt das sind scheiße ich nehme jetzt hier den Untoten Skeletter guck mal wer hat denn der Golem für Werte überhaupt 3 zu 5 Leben 10 Angriff hm der ist so stark der Golem ich nehme da unter unensklt so jetzt Skelet Skelett da wer ist Player 2 ich schau ich mach das ja wie Legolas tschuu 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 wo bin ich den jetzt alter ich bin schon down ich bin ja Magier der ist auch OP gauh gauh komm fertig ich komm da gar nicht an gauh darf ich nochmal den Golem nehmen nein gleich nehme ich den magischen Golem Wo bin ich denn jetzt? Ja, ja, ich komm direkt Pfeil in die Fresse. Was für ein Tempo, der die Pfeile ballert. Unglaublich. Ich brauche Heilung. Oh, guck mal, das Spenster kommt mir auch noch angelaufen. Komm her, Robin Hood. Ich bin ruhig. Ich bin ruhig. Alles gut. Innerlich. Alles gut. Ach, scheiße, ich bricht halt auseinander. Guck mal, mir kommt schon wieder so Magie-Dinger in die Fresse. Ja, komm. Ich bin unten gestorben. Deathmatch. Ja. Ich muss sagen, Gandalf ist gut. Gabbau, Gandalf. Wo sind wir? In der Box. Wo bin ich denn? Ich bin schon wieder tot. Nee, ich bin oben. Nee, ich bin tot. Zack. Boah, ist ja OP. Was? Schön am Pott. Komm mal rein. Guck mal, wie er seine kacke Pfeile schießt. Die, du sau. Zack, ja, hast du das. Das immer gefällt mir. Wollen wir ihn fertig. Wollen wir ihn fertig. Bitte. Wo bist du drin? Wo bist du? Ah, ihr habt die gesehen. Da ist er. Komm her. Komm her, du Palette. In der Klorolle hängt er. Toilettenpapier-Bunker. Da wächst er mich kaputt. Das gibt's doch nicht. Ja, der kommt, hat verloren. Da freue ich sie dich jetzt nicht. Ja, ich bin in der Rolle versteckt. Kommt mir bekannt vor. Kommt mir bekannt vor. Er macht jetzt seine Fa... Oh. Stier, aber ich habe fast kein Leben mehr. Energie. Bamm. Da habe ich einen Spezialangriff. Komm raus da. Der ist da, links oben. Ja, der ist da drin. Habe ich auch schon gesehen. Es lebt sogar noch. Bamm. Ich konnte nichts machen. Ah. Ah, herrlich. Das tut gut. Aber wer ist das Erste? Herrlich. Knochenkoppel. Fahrt für mich. Ach so, geht los. Was Fahrt für mich? Ich habe nur gewonnen. Was, du hast gewonnen. Ich bin Erster. Ne, ich bin Erster. Player 1 bin ich. Bin in der Mitte. Du hast zwei Siege. Wo bist du Erster? Ich habe drei Siege. Ah, ich bin... Ja, aber ich habe fünf... ...vieh gekillt. Keine Ahnung. Ich war in der Mitte, ich war Erster also. Die Mitte ist nicht Erster. Natürlich. Nein. Also der Bogenschütz ist O.P. Er schickt seine Fall ja so schnell. Einfach nur stehen bleiben. Ja, das findest du toll, ne? Ja, aber... Das ist für dich, Heino, ne? Heino. Ich wollte mich hier oben, ey. Komm, erstmal das Glatt fertig machen. Das O.P. Mach doch mal, du Affe. Mach mal einen anderen. Ah, ich bin ich zwischen zwei Kackern. 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 Kackern machen. Ah, ich wollte mal gucken, was das... ...woll für ein Zeichen ist da oben. Ja, verstehe es dann direkt. Meinst du? Oder holst du mich wieder? Wäre natürlich super. Nee, du nicht. Lass sie verdienen. Ach, wo bin ich denn jetzt da unten? Ich bin zu langsam. Ich hab die aber noch erwischt. Geil, ich hab Flügel. Boah. Ich hab mir nur lenken können. Warum bist du nicht tot? Was für eine Scheiße. Ey, was ist das für eine Pissrotze? Jetzt mal ehrlich. Der macht ja nur Schaden, das Dinge. Hau ab, ey. Ja, nur Dreck, Sau. Heilung, Heilung. So, komm her, willste. Na komm, ich bin da. Warms. Was? Ich hab die gekillt. Was? Was ein Kackspiel, ey. Bist du, acht Meter, musst du das Flügel um... Mach's nur Brrrrp. Da fuhrt sich sogar kräftiger. Habt ihr erwischt? Ja. Sehr gut. Hau ab, ey, du... Nein! Wat? Habt ihr vorhin erwischt? Okay, wir los. Komm hoch, Gavagandle. Ach, Mann. Guck mal, wie er steht mit seinem beklackten Bogen. Nein! Komm, stell dich zum Kampfrufeige Sau. Komm, Robin von Locksflay. Bin mal drauf, das Liedern, Alter. Bin bekloppt. Das sieht schon so tödlich aus. Komm, stell da hoch. Komm mal her. Nein! Was da? Guck mal, da rennt der einfach weg und wartet, dass ich dann draufgehe, ne? Du bist doch so eine feige Pottsau. Jetzt mal ehrlich, ey. So, kann man auch ein Video strecken. Bin bis hier oben. Ah, da war das Speziale an. Jetzt muss ich auch aufpassen, sonst kommt ja irgendwas, brennend. Nein! Ha! Ausdauernd gewinnt. Wo bin ich jetzt? Unten. Muss ich auch aufpassen. Oh, ohne Kugel. Das ist so eine Kugel, ich verstehe die nicht. Wenn du die Kugel aufsammelst, dann wird dir eine Steuerung verändern. Dann läufst du nicht rechts oder links und so gedöhnt. Dann musst du gegen... Ach, du spamm, du Affenkind, ey. Mein Gott, du. Guck dir die Brille von der Nase. Ja, nur so kann er gewinnen. Weißt du, verstecken die erste Versteckung, das ist der Spammer, ey. Ich bin immer noch in Führung, schön. Wo steht denn da, dass du in Führung bist? Ich hab fünf Siege. Fünf Siege? Sie sind mir auf der Waage. Es läuft hier, so Drecksäuer. Aber ich hab doch neun Kills. Ja, was sind die Minuten Kills? Was ist das für ein Rotz? Oh ja, hier. Lauf. Ich lauf doch schon, ich bin untot, hallo. Das Geräusch kenne ich nicht. Ich kriege nachher den Key, ey. Ja, was ist denn weiter? Wo war kein Sackgeräusch? Wenn ich jemanden peitsche aus einer Familie. Ich wusste, ich wusste, er kommt. Das ist doch scheiße. Hör mal, Pisse auf, ey. Wo bin ich? Ah, schon tot, super. Ich kann eine Pfeile abschließen, mit meiner Kugel hier. Ich kann sie auch fangen, mit meiner Rippe. Mann, ey. Ah, Pisse. Ach, bitte geh doch weg. Du hast ja davon, er wolltest ja die geschnappen, du Sau. Fabi, mach ihn fertig, mach ihn fertig. Hoho, hab ich die großen Schädel. Ach, der ja auch. Auf den hab ich gar nicht geachtet. Ich hab gewonnen? Ja. Ja, find ich gut. Ich weiß nicht warum, ich hab gewonnen. Zack, jetzt holen wir den Nächsten hier. Ich nimm wieder den Golden. Ja. Ja. Ich hab' mir was. Skill, Männer. Skill. Fähigkeit. Können. Kunst. Fein. Guck mal, wer wegkriegt, die feige Sau. Der ist nahe, äh, Fernkämpfer halt, ne? Zack. Ich hab' einen Fall im Kopf. Ja. Ja. Du hast'n spät im Arsch. Oh, ich fall' noch in der Mitte an. Ja, super. Ne, ne, das nehm' ich nicht. Hallo? Wo guckst du hin, du Idiot? Du hast trotzdem gewonnen, ist okay. Ja, jetzt, jetzt bin ich aber oben auf dem Pony, das sag ich euch. Ja, steht's doch, steht's doch. Was soll das, warum macht man sowas? Alle drei laufen und, äh, schön gefehlt. Fein. Oh Gott, Alter, ich hab' mir gespät ab. Du triffst doch nur die Kackwolke. Wie er ausrastet, das ist lustig. Ich hab' die getroffen. Oh ne, hier muss man wieder hoch, hier muss man wieder hoch. Verfickte Kacka! Nein! Oh, der Fabi hat aber ein Schwein gehabt, ey. Hab' wir auch. Warum fang ich mal hier unten an? Guck mal, Erik, wieder hoch, die Feige ist auch. Kimpf mal hier unten. Was denn? Schön kämpfen. Im Nahkampf. Ich war am kämpfen, da hochzukommen. Ich hab' hier oben. Steck' mir einfach. So. Ach, Mann! Oh, bin ich jetzt? Bin hier! Und das hat's nicht! Hehehehehehehehehe! Oh, ha-ha! Ha-ha-ha! Hey! Ha-ha-ha! Fein. Dehnlicher Magier. Zack. Oh, kommt den seinen Kackpfeiler wieder in mein nicht vorhatnes Rektum, ey! Ha-ha-ha-ha! Also, Levels, wo ich immer über dir, äh, vor dir anfange ... Die Stimme hat direkt Scheiße. Ah verdammt! Ich warte. Ja! Ja! Skeletor ist oben! Ihr Muschis! Komm eine Runde machen wir nach. Nein! Ja also ein Scheißspiel. 5 Uhr. Das reicht. Eine Folge reicht. Dafür machen wir jetzt gleich Speedrunners. Ich würde mich genauso aufregen. So, das war Beat Me. Ist eigentlich okay, wenn man keine Fernkämpfer hat. Was seid ihr dazu? Scheiße. Ich fand's lustig. Wie gesagt, Nachkämpfer sind in Ordnung, aber Fernkämpfer sind obermächtig. Wie gesagt, ich will es einschalten. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.